Ich liebe ja solche Partien, ich hoffe sie auch, liebe Zuschauer. Abendspiel, das flutliche ist an. Gerade wo ist der Runde? Gomez sucht seinen Mitspieler. Allein vor dem Riesen. Da ist das Ding! Wie schätzt du denn den ersten Durchgang so ein? Jetzt also 1 zu 0. Ich kann Sie beruhigen, liebe Zuschauer, Sie haben noch nicht viel von der... Abschluss! Jetzt ist er drin! Und Josep Elidicic. Sauber getimter Pass. Nur noch der Keeper. Jetzt der Schuss. Bei diesem faulen Strafraum hat der Schiedsrichter gar keine andere Wahl als die Möglichkeit, noch einen draufzusetzen. Und der Elfmeter ist drin! Gomez. Gomez. Macht das Spiel gut, Breit. Das war ein ganz klares Foulspiel im Strafraum und das bedeutet erhöhen. Lappentreffer. Schützenfest. Hansi, was hältst du von dieser Partie, die wir gerade gesehen haben? Sie haben den... der Schicksal ist... Ja. Ja. Was hältst du von dieser Partie... Das war Talent.